Wir sind in der Wildnis, haben gelernt... Genau, kannst du mich bitte nicht unterbrechen. Wir haben gelernt, Maschinen zu übernehmen, zu reiten, zu kontrollieren und nutzen diese Fähigkeit jetzt, um Sona, die ehemalige Kriegsfügerin unseres Stammes, eventuell zu retten. Denn sie ist verschwunden. Aber du hast was anderes für uns, Cran. Du wirst in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Na, dann haben wir doch was. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbanter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ich muss jetzt los, Cran. Okay. Sei vorsichtig. Besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Ja, Urmutter hatte Pläne für dich. Die Security-Stimme aus der komischen Hochsicherheitstür, die hat natürlich Pläne für jeden von uns. Nora-Jagdgebiete. Mal schauen, was denn diese Jagdgebiets-Quests so bedeuten. Bin ich sehr gespannt, denn es scheint ja mehrere Jagdgebiete zu geben und damit wahrscheinlich auch mehrere Jagdgebiets-Quests. Denn das heißt nicht ohne Grund Nora-Jagdgebiet. Nora-Nagdgebiet ist auch gut, aber dann Nora-Jagdgebiet. So, Gesundheitspflanzen. Auf die haben wir das erst mal abgesehen. Wir sind gerade Frisch-Level 8. Das heißt, eigentlich sollte diese Mission sogar was für uns sein. Deswegen fragen wir einfach mal den netten Herren hier oben, was wir denn als allererstes tun sollen. Moment, bist du... Also, du bist eine Art Vogelscheuch, oder was? Ich dachte eben schon, hier steht einfach so ein Viech rum. Nein, ist was anderes. Hi. Bist ein Händler? Was macht denn eine Händlerin hier? Banuk-Eisjägerin? Leicht. Okay, damit haben wir 30% Eisschutz, wie ich das richtig sehe. Damit haben wir 5% auf alles Schutz. Damit können wir uns 10% schlechter sehen lassen. Damit haben wir 30%, was weiß ich. Es fällt ja nicht Prozent, 30 irgendwas. 10% weiß ich nicht. Fall und Bogen vermutlich. Hier nochmal 30% Eis, 30% weiß ich nicht. 10% von allem, 20% Pfeile oder Nahkampf. Ich weiß es nicht. 20% verstecken. Okay, und da oben sehen wir auch die Bezeichnungen ungewöhnlich, selten, sehr selten. Also die typische Farbgliederung, je nachdem wie häufig denn bestimmte Objekte vorkommen. Können wir momentan aber vermutlich noch nicht so viel mit anfangen. Wie sieht es denn aus? Ich kann hier Karten kaufen. Karten des Utaru Botanikers mit Kartenmarkierungen zu dir auf mögliche Fundorte von Metallblumen hinweisen. Warum nicht? Nehme ich das auch mit? Das können wir uns ja nicht leisten, aber das nehme ich mit. Ähm. Eine Gratisprobenkiste gibt es hier auch wieder für uns. Was mich jetzt halt verwirrt, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kann ich hier ein größeres Inventar oder so kaufen, aber scheinbar nicht. Hey, mit dir wollten wir reden. Ich sprach mit Krenn. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Arme Krenn. Nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das Heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Aha. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das Heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen? Ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten. Geführt von den Karjern Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet drei Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Entscheide dich. Welche Prüfung interessiert dich? Ich erkläre sie dir. Nur Teileprüfung, Holzstapelprüfung, Sprengdrahtprüfung, Fragen. Die haben wir eigentlich schon... Ja, ja. Fangen wir mal oben an. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Dann probiere ich es mal. Hab viel Spaß. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutschst. Die Zeit läuft, wenn du eins der Seile runterrutschst. Oh, hey. Ihr seid auch da. Das ist natürlich nett von euch. Zehn Bauteile abgerissen. Ja, das müssen wir aber allein mit dieser Prüfung machen. Bleib stehen. Nein, so war das nicht geplant. Verdammt. Stehen bleiben. Das wollte ich nicht. Bleib doch mal stehen, Jungs. Oh, ich glaube, das läuft nicht so gut. Oh, ich glaube, das läuft nicht so gut. Ach, f***t euch doch. Innerhalb von zwei Minuten sollen wir das schaffen. Das wird jetzt sehr eng. Eins noch! So eine Scheiße. Neun haben wir in der Zeit gehabt, ey. Na gut, in etwa 20 Minuten würde ich es ja wohl schaffen. Vielleicht auch nicht. Das war schlecht. Wir haben leider nicht in zwei Minuten geschafft. Sondern stattdessen in zwei Minuten 25. Ich hätte mehr schleichen sollen. Ich hätte mehr vorsichtig vorgehen sollen. Oh, hi. Wie komme ich denn hoch zum Chef? Hey, wieso dahin? Ich bin gerade verwirrt, wo ich hin muss. Ich würde gerne die Prüfung einfach nochmal neu starten. Aber meine Zielmarkierung geht es doch nach da oben. Kann ich den Kram hier auch nach oben rutschen? Da geht das nun... Ne, es geht nur in eine Richtung. Okay. One-Way-Ticket, aber zum Glück kann man hier wieder hochklettern. Dann nochmal. Ich war leider 25 Sekunden zu langsam. Weil ich einfach nur blöd hinterhergerannt bin. Das können wir besser machen. Das erste Mal und sofort geschafft. Hier, eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Und ich brauche nur dreieinhalb Sonnen. Das heißt, rein theoretisch... Ja, ja. Rein theoretisch haben wir das schon geschafft, was wir schaffen sollen. Aber in 20 Minuten sollte das, glaube ich, jeder hinkriegen. Aber es gibt ja noch was Besseres als eine Vollsonne. In 1,30 seh ich da gerade. Sehr schön, vier Stück haben wir. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ich will aus llegieren 3 deals. Äh, ganz gut. Ich kann euch wenigstens mehr drauf неchen. Ich bin ziemlichkiem augez etinieren. So, ich bin ein Zechner, wenn ich die H Becausei 쉬ера habe. Also war es noch nicht bei uns. Und mein Zuhause steht für 4 partner sein. Oh Four? Eis Jah. Wo sage ich und Esperzen von dir ans bone house darf. Hsorry! Oh, hi. Jawohl! 1,20, meine Freunde. Die Nur-Teile-Prüfung haben wir damit wohl in Perfektion geschafft. Okay, sorry, aber wenn du schon mal hier stehst, nehme ich den Rest auch noch mit. Okay, dann kehren wir gleich mal wieder zum Start zurück. Dann bin ich mal gespannt, was die anderen beiden Prüfungen sind. Wir brauchen hier theoretisch nur Halbsonnen. Konntest du schon die ganze Zeit? Die Typen tun dir nichts. Die rennen nur weg. So, mein Freund. Guten Tag. Und dann schauen wir uns mal die Heutstabel-Prüfung an. Zeig, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die haben wir leider nicht. Warte mal kurz. Ich komme gleich wieder. Ich brauche eine Sprengschleuder. Hast du zufällig eine Sprengschleuder im Angebot? Ja. Kostet leider 200 Sterben. 200 Scherben. Da haben wir nicht genug für. Aber stattdessen... Die haben eine Karja-Schleuder. Wie müsste die eigentlich dasselbe können? Können wir irgendwas anderes noch verkaufen? Nicht unbedingt. Modifikationen haben wir welche, die wir bislang noch nicht benutzt haben. 21% Schaden. Abriss. Will den Gegner was abreißen oder was? Fein und Tränke haben wir noch einen Genesungstrank. Ja, wir kommen auf keinen... Also wir würden vielleicht auf 200 kommen, aber... Was ist da eine andere Prüfung, die du noch hast? Was ist mit die Sprengdrahtprüfung? Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Karja-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier verkauft das vielleicht. Karja-Stolperfalle. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Da wird er gerade eben Fähigkeitenpunkte bekommen. Wie viel würde die Karja-Stolperfalle kosten? Die Karja-Stolperfalle kostet 180. Die Krüsehäfte haben wir. Okay, das heißt, wir kommen hier später mit mehr Geld wieder. Wir können jetzt angeblich irgendwas... Wir können Waffen modifizieren. Wie wäre es, wenn wir einfach mal unseren Karja-Boden hier modifizieren und dafür den Schaden... ...und den Abriss reinpacken. Außerdem können wir unsere Rüstung modifizieren. Da können wir entweder Eisschutz oder Verderbnisschutz. Bislang haben wir noch keinen Eisschaden bekommen, deswegen mache ich erstmal Verderbnisschutz rein. Fallen und Tränke. Okay, da fehlen uns überall die Metallgefäße für. Die finde ich ja überall, aber kann die nicht mitnehmen. Trage Kapazität. Hier kann ich das verbessern. Okay, wie sieht es mit dem Fallenbeutel aus? Das sollte ich hinkriegen. Wie sieht es mit dem Rohstoffbeutel aus? Das ist das Wichtigste. Modifikationsbeutel. Vielleicht auch ein Waffenbeutel, damit wir den ganzen Kram von da mitnehmen können. Dann der Köcher. Den finde ich mit am wichtigsten. Stolperfallen haben wir mittlerweile auch. Und jetzt können wir uns nur noch den hier leisten. Jetzt brauchen wir wieder eine ganze Menge neue Metallteile. So, von euch können wir mittlerweile 30 tragen. Das ist auch ganz cool. Hier fehlt mir nach wie vor die Metallgefäßdinger. Und davon kann ich nochmal ein bisschen was herstellen. Dann Reisen. Vorräte für lange Reisen. Schnellreisepaket. Diese Gegenstände, wirklich eine schnelle Reise zu einem entdeckten Lagerfeuer oder eine Siedlung auf der ganzen Welt. Ah, okay. Hier kann man schnell Reisen machen. Dafür brauchen wir allerdings nur noch Rheinholz, was wir momentan gerade alles ausgegeben haben. Gut. Wir haben Jagen für die Loge. Da sind wir momentan dabei. Da brauchen wir aber allerdings mehr Geld. Wir haben die Nura-Jagdgebiete. Da brauchen wir auch noch... Also das ist ja das, wo wir mehr Geld für brauchen. Dann ist momentan die Spur der Kriegsherren wieder unser Zielgebiet, würde ich sagen. Aber wo kann ich jetzt zum Teufel Fertigkeitenpunkte... Wir haben 13 Fertigkeitenpunkte. Willst du mich verarschen? Warum hat mir das noch keiner gesagt, dass ich Fertigkeiten vergeben kann? Ah. Also entweder drücke R1, um kleine Maschinen mit Menschen lautlos zu erledigen oder größere Gegner schweren Schaden zuzufügen. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Hat nicht funktioniert, weil ich nicht wusste, dass man das machen kann hier. Beim Ziehen während des Springs oder rutschend verlangsamt sich die Zeit. Zelda Breath of the Wild Style. Was dieses Spiel hier vor Breath of the Wild rausgekommen ist. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig laut aus und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Ich würde sogar hier einen Punkt und da einen Punkt reinschmeißen. Verwendet beim Zielen, um die Zeit zu verlangsamen. Definitiv. Kostet er ein, drücke er 1 fern, Angriff der Gegner am Boden stark beschädigt. Auch gut. Leichte Sperrangriffe schlagen, wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Locken. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel, zusätzlich natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen, wenn unser Beute größer ist. Dafür reiten wir nicht oft genug. Zellige Ressourcen und Modifikation von 50% ihrer Metallscherben wert ist. Was haben wir hier noch? Drucken macht dich für die Feinde schwerer sichtbar. Wende beim Bononcieren auf Seilen, Fernkampfwaffen. Ist auch eine coole Idee. Aber erstmal das Lautlose. Da gehen wir jetzt richtig in Richtung Batman-Style. Schlag von unten. Mhm. Nehme ich das auch nochmal schnell und... Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. So, jetzt haben wir doch mal eine ganze Menge hier investiert. Jetzt sollten wir doch auch deutlich besser sein, denke ich mal. Nachdem wir das hier alles mal gemacht haben. Jetzt ist unser Ziel allerdings in die Richtung. Und zwar ziemlich weit weg. Sorry Leute, wir kommen später, wie gesagt, wenn ich Geld habe, wieder. Jetzt nicht einfach runterjumpen. Okay, das ist quasi die Zeitlupe, die wir haben. Ich verstehe. Alles mitnehmen hier. Die ganzen Lohn, die wir abgeschossen haben. Und Stöcker brauchen wir wieder ohne Ende. Dann haben wir jetzt hier auch zum Glück die Modifikation reingeballert, dass wir davon mehr finden können. Oder? Ne, haben wir nicht. Weil ich gesagt habe, dass ich dafür erstmal... Dass ich erstmal Dingens brauche. Erstmal größere Beutel. Einen neuen Händler haben wir entdeckt. Und so auch gleich ein neues Sidecrest. Wir werden niemals ankommen. Eine menschliche Leiche? Mehrere menschliche Leichen? Junge? Was geht ab? Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Nora Land. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja. Der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb. Sklavenhändler. Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Wal sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Alles klar. Dann machen wir doch das mal zuerst. Banditenlager Teufelsdurst. Wir scheinen wohl Banditenlager ausrotten zu können. Vielleicht kann ich es scannen. Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Schick, schick, schick. Unbekanntes Signal. Das Signal. Wo kommt das her? Langhals Teufelsdurst? Langhals scheint eine neue Dino-Roboart zu sein. Gehen wir da mal näher hin. Alter, sieht das hier krass aus. Ich springe auf den Rücken des Langhals. Das ist leichter gesagt als getan. Ich komm hier raus. Okay, hier ist es jetzt die ganze Zeit hier im Kreis. Weil wenn ja, könnte ich von hier aus bestimmt springen. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Alter, ist das krass, dieses Ding. Scheint wohl aber ein friedlicher zu sein, oder? Wirkt zumindest so. Ganz ruhig. Es ist gleich vorbei. Bist du sowas wie, ist jetzt eine Streetie-Türme? Dass wir jetzt das Gebiet aufdecken? Wäre doch so weit, die Türme. Ich glaube tatsächlich, das ist so. Karte zeigen. Damit können wir die Karte aufdecken, indem wir in diese Langhälse klettern. Das ist die innovativste Art, die ich bislang gesehen habe bei diesen Türmen und was weiß ich, was es davon immer so gibt. Okay, Datenpunkt, was auch immer. Zurück auf die Quests. Auf die Aufträge. Erst in Langhals überbrücken Banditenlager. Wir haben schon wieder neun Fertigkeitenpunkte. Das ging schnell. Wir haben sogar zwei. Ich glaube, ich mache jetzt doch das, dass wir mehr Rohstoffe bekommen, weil wir für die Erweiterung unserer Taschen brauchen wir ja Rohstoffe. Nämlich diese hier. Und jetzt bekommen wir immer noch zwölf. Sechs. In der Fall bekommen wir trotzdem durchschnittlich etwas mehr. Das wäre ganz schön. Das sieht so geil aus, alles hier. Ich könnte mich einfach völlig verlieren in dieser Welt. Unglaublich. Okay, ich gehe einfach an euch vorbei. Ich gehe erstmal zum Rauchsignal. Äh, Rauchsignal. Eine Forelle. Gut, aber für das Banditenlager haben wir in diesem Part wohl leider keine Zeit mehr. Was ist das da? Ist das das Rauchsignal, zu dem wir sollten? Ich glaube, das ist das Rauchsignal, was er meinte. Zumindest raucht das ziemlich. Banditenlager entdeckt. Ja, tatsächlich, seien wir genau da hin. Okay, wir haben unfassbar viel von dem Zeug gefunden. Bevor wir im nächsten Part weitermachen, schaue ich mal ganz kurz. Was brauchen wir? Wir brauchen Metallscherben mehr rein. Heute sind wir mittlerweile schon wieder genug. Okay, das heißt, als nächstes möglichst viele Gegner erledigen, um Scherben zu finden. Und wie gesagt, da machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.